Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary, wieder als Holy und ich habe mich entschieden, dass ich das wahrscheinlich, oder wahrscheinlich werde ich dann die, ich werde zwei Folgen für den Holy Paladin die Woche machen und die werden dann höchstwahrscheinlich Samstag und Sonntag laufen, so dass dann die ganze Woche durch ein BG Commentary läuft in jedem Tag und am Wochenende halt dann für den Holy. So habe ich es zumindest geplant, so ist es jetzt auch und so werde ich gucken, dass ich es durchziehe. Gut, okay, als Holy jetzt unterwegs, bin ich immer noch mit dem Lütje unterwegs, der hat jetzt extra auf Feuer umgespeckt. Jetzt muss ich natürlich entsprechend aufpassen, dass ich nicht allzu offensiv bin. Gehen wir mit. Erstmal, zack, so. Okay, den stunnen wir am besten mal und ziehen gleich mal hier hinten unseren Krempel. Gehen wir mal auf den Diegenhunter hier. So, la. Oh komm, das ist Quatsch. Wir gehen hier auf die Eule mit. So, hier Worry. Oh, auf mich hier. Dispeln. Ah, jetzt verstehen sie gleich mit raus. Scheiße. Na, hier. Oh, ein bisschen. Zack. Was dann? Tires Rettung. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, oh, oh. Gehen wir den hoch? Irgendwie bestimmt. Scheiße. Gleich mal die Prop her. Wings sind wieder bereit. No, so wieder ein stunnen. Wow, 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 wow. Das war's. Zu viel. Zu viel Damage. Ich habe vielleicht nicht so offensiv spielen sollen. Oh, es war aber trotzdem dabei ist es nicht. Aua, wow, das tat weh. Hat ich es ordentlich schade gemacht. Joa, das ist schön gemacht. Neun Stück. Uiuiui. Er lebt noch. Wow, scheiße. Komm, out of combat. Jetzt ist es nur einfach. Da ist er schneller wieder da. Musst du nur noch annehmen. Woll dann halt nicht. Gut, dann gehe ich hier weg. Glitchy ist immer noch da oben. Da hinten ist kein Link. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Ist wahrscheinlich nichts Großes an hier. Er wahrscheinlich. Ja. Ah, scheiße. Den töten wir einfach. Okay, dann töten wir ihn nicht. Hau mal ein Vieh rum. Kann man die Leute auch heilen. Hallo, Eule. Erstmal dispelled. Was macht denn der da hinten? Okay, da können wir dann auch nichts mehr machen. Nochmal ein Vieh. Yeah. Du machst gar nichts, mein Freund. Na, komm nachher. Wow, 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 wow. Freunde der Sonne. Komm, den Worry hau mal um. Ah, geht's doch nicht mehr. Dann stunnen wir ihn. Ach du Scheiße, ey. Was kassiert der denn für Kellen? Wo, 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 wo. Das ist echt ein Problem. Da ging nichts mehr. Ja, das ganze, das hat der, äh, Rogo, ich kann sagen. Das war natürlich super vom, der Eule, Root Beam. Keine Chance. Äh, ein Ali. Ah, ich habe die Glühwe hier gar nicht benutzt. Jetzt hat ich dieses Kodo, das ist so hässlich. Na gut, Geschmack, Sarah. Nee, nee, Freude, du bleibst hier. Ich hau mal jetzt um. Hochkonzentriert. Nein, diesmal nicht, mein Freund. Und jetzt hau mal den um. Was macht denn der Dienenhunter da? Na, hallo, Wally angreifen. Da kommt die Bubble. Leechi ist ganz da hinten. Au. Gar nicht aufgepasst. Tja, der wird mir einfach umgefickt. Passiert. Scheiße. Da habe ich aufgepasst. Ah, Blackrod Flame wieder. Wo steht es eigentlich? Oh, 4-1. Nicht so gut. Ah, Leechi, überlebe. Wie die Pyros raushaut. Jetzt sterbt er aber vorher. Doch nicht. Lol, nur ein Pyro. Jetzt ist er tot. So, ist dann hier, mein Freund. Also, war jeder. Ich halte mich mal hier. Oh,�. Hallo. Hallo. Hi,jskenn. Ich halte mich einfach. Hey, ich halte mich mal hier. 事. Nein, du hast gefälligst auf, die Leute hier rauszuschmeißen. No, kein Bock. Hochkonzentriert. Oh, tschüss. Ey, wollt ihr Ficker mich verarschen? Das ist doch lächerlich. Diese scheiß Demon Hunter. Wie die hit... Ey, kein Kommentar, kein Kommentar. Kein Kommentar zu der Scheiße. Das ist doch lächerlich. Behindert ohne Ende. Der Kudik... Das sind zwei Pferdchen gewesen. Das sind zwei Pferdchen. Das juckt die nicht. Fällt mir echt nichts zu ein. Das ist ungeheuerlicher. Äh, verbannt. Was ihr jetzt seht. Das war's. Oh man. Na ja, es ist gleich vorbei. Das war schon... Das ist schon eine bittere Pille. Sehr bittere Pille. Gibt es überhaupt Todesstöße auf unserer Seite? Fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Wow. Das ist hart. Das ist hart. Aber gut. So, Spielchen muss es auch geben. Jetzt sind wir noch da hinten. Tja. Scheiß Wochenaus... Scheiß, äh, ja. Wochenausklag. Naja gut. Wir sehen uns dann morgen. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.